... Gefunden! Was für'n büßer Junge... Oh, meinst du, es wäre Glück, so zu mir zu sein? Oh, das ist aber schade. Ich hätte dir sonst wirklich sehr gerne hier rausgeholfen, weißt du? Na geht doch. Ihr Menschen seid so leicht zu kontrollieren, weißt du? Ups, du bist ja gar kein Mensch mehr. Platz, beruhig dich, sei ein braver Hund und flipp nicht gleich aus, ja? Überrascht? Weißt du überhaupt, wo wir sind? Ich sag dir was, wenn du da rauskommst, verrate ich's dir, okay? Okay? Waaaaaah! Du bist lustig, aber dennoch nicht dämlich. Ich sag dir, was du gefällst mir. Ich helf dir. Unter einer Bedingung. Du tust genau das, was ich dir sage. Falls du meine Hilfe brauchst, drücke Z. Okay, dann würde ich sagen... Hab!